So und damit willkommen zurück zu ner weiteren Folge. Oh mein Gott die machen die letzte Runde das Team mit Mauga einfach mal schön den Start. Scheiß Charakter sind wir ehrlich. Letzte Runde war auch einfach nicht lustig. Genau wir sind beim einranken vom Hauptaccount und ich probier grad irgendwie mit meinem Ball zu chillen damit ich Ball heilen kann. Dann wird das grad aber schon von Genji gefickt oder so. Ne ich fick zurück. Verwirrung. Gut ich bin wieder da. Zwei Stunden später so. Ja und auch eins sind wieder weg schade. Dann wo war ich kurz stehengeblieben? Ich hab's vergessen. Ich weiß nur noch dass ich einfach plötzlich umgekippt wurde. Ich hab Mora gefeiert und plötzlich hat Genji mich einfach weggenagelt. Auf ganz leeren. Oh mein Gott. Aua. Ja ne da kann ich uns auch nichts mehr tun. Ey der Genji ist doch schmutz. Warum ist der so stark? Wo Gegner? Oh boah jetzt geh bitte nicht alleine rein. Du stirbst doch so locker sonst. Lol. Oh du jetzt hat er mich duplicated. Ist ja ehrenlos. Na bitte. Das hat mir auch nicht mal nicht mal so viel gebracht jetzt. Ach jetzt haben die Mistens Mauga hier wieder am Start. Ne nein 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 geh weg geh weg geh weg verpiss dich bruder. Nein. Wollte ihn heilen und Genji töten. Hat beides nicht funktioniert. Schade. Fast einen Müll. Ne die soll Echo bekommt hier keine Punkte von mir. Oh ja schön 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 schön. Das hat's schon geholfen jetzt. Weil ich hätte niemals so schnell heilen können. Ja ok schade. Ja das ist jetzt halt auch so röser sterbe ich jetzt halt. Ja was soll ich tun. Ja vielleicht wird das ne schnelle Runde. Aber ich stehe jetzt gerade auf 4-1. Also es würde mich wundern wenn ich alles davon gewinne. So ich muss ja auch mal zwischendurch evaluieren. Oh 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 das war dumm. Ich hab echt gedacht ich krieg sie. Ey es ist auch ich muss mich auch so ungewöhnen ne. Die sah so low aus mit ihren 70 Leben. Ich dachte die hat nur noch so viertel Leben. Hat sie ja auch quasi gehabt wenn sie 250 hat. Oder ein drittel war das ja dann eher. Ne. Es sieht nicht nach viel aus. Aber es ist viel. Und dann mit dem Healpack nochmal kurz. Wobei haben die Healpack eigentlich gechanged? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder mach das immer noch. Das ist 75 das kleine. Oder 50. Äh keine Ahnung. Ähm. Ey der Genji ist so OP. Okay. Wie verpiss dich Bruder. Bitch. Ja du auch. Oh mein Gott was hat denn die Tracer die ganze Zeit gemacht? Und warum bin ich ja auch eigentlich nicht gefadet? Die Tracer hat ja gar nicht gejuckt. So wir müssen das Ding jetzt nochmal reinschieben. Ich hab noch extrem beschissene Stats muss ich auch ehrlich sagen. Meine Heilung ist krass mutter jüdisch. Aura. Aura. Oder so. Komm soldier den kriegen wir jetzt. Schön. Ja meine DPS lassen auch zu wünschen übrig. Muss ich auch mal ehrlich sagen. Ja die mit dem Tracer kann ich da eh nicht heilen. Auf jeden fall mein Ball jetzt gerade. Ah und die Echo schon wieder. Nice. Aber die gibt noch jetzt immer noch oder? Dann könnt ihr doch einfach mal ein Genji Counter spielen oder so. Ich hab auch die ganze Zeit keine Heilung. Ich hasse Push. Es ist schrecklich. Ich kann versuchen zu steigen. Wird das eigentlich schneller geschoben wenn mehr Läufe dabei sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte kurz ich hab jetzt Kugel auf Baum geworfen. Oh schön soldier. Mach immer. Aber eigentlich noch schöner von Tracer Zen. Weil die haben gerade drei Leute getötet. Mein Zen ist übrigens gut. Glaub ich. Okay nein irgendwie nicht. Aber irgendwie macht er was. Aber irgendwie auch nicht. Ich bin verwirrt. Nein. Wir müssen ihn holen. Er ist lang. Ja. Unser. 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 Unser Genji ist auch. Da. Und tötet Leute. Oh jetzt haben wir so ein Millimeterfeuerwiederfall. Ach ist doch scheiße. Digga. Echo ist so stark. Vor allen Dingen mit mehr Leben machst du den Prozentual noch mehr Damage. Senden was tust oder? Ich brauche echt nen scheiß Buff auf Freilung. Was ist das denn? Ich bin so gespannt auf die Mütze diesen Patch Notes. Also die Supports wurden die sonst richtig gefickt finde ich. Ja fick dich Genji. Vor allen Dingen. Das ist mir jetzt auch schon mehrfach passiert. Dass ich aufgehört habe Leute anzugreifen die trotzdem gestorben sind. Weil meine Ability. Also mein Damage ist durchs Verstanden eigentlich ne Sache die quasi instant ist. Also sollte doch theoretisch jemand nicht sterben wenn ich aufhöre ihn abzuschließen. Ja das ist halt auch scheiße jetzt. Ja okay das war der engenste Mensch. Kann ich nichts tun. Wie? Wie sollen wir irgendwie kein Duut machen? Aber mach du mal. Die schieben das Ding gerade weiter. Ich wollte es nur kurz in den Raum geschossen haben. Aber Obil kein Duut. Aha. Ja und Ball geht doch einfach rein und geht drauf. Die Runde ist lost absolut. Ja du machst auch nichts. Also Soldier macht weniger. Das ist jetzt so in dem Sinn. Ne? Also die DPS sind nicht gut die Runde. Was hat Genji? Auch schlimm. Ich muss Ball heilen. Digga Ball steht in der Zen-Ult und kriegt uns so langsam Leben nur dazu. Was ist das denn? Das sollte nichts zu sein. Das sollte einfach nichts zu sein. Oh nein! Ich bin tot. Ja, die supporten sind aber. Das ist das. Das ist das. Wir können nichts aufhören. Nein, du kannst nicht. Nicht schau' dich. Du musst nur noch besser spielen als die Gegner-Team spielen. Das ist das. Das ist eigentlich die Die Cuidung, die были um die Gehäuerns zu reduzieren. Oh, das Schö denn ist so annoying. Das ist am Ende des Schöpels. Die sind die Gefängers�ern. Sie müssen mehr hide. Es ist nicht der Gehäuern mehr. Das ist das Schöpsel. Oh, die schade ist ein Fischer. Es ist am Ende des Schöpels. Es ist am Ende des Schöpels. So und ich muss den Ball unbedingt holen. Nice, nice. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, ich muss nur in und dann sofort raus gehen. Ich muss so spielen wie... ...einen verdammt. So, stirb, stirb. Nice. Wir können es tun, wir können es tun. Okay, los geht's, Leute. Farbe deine Ult. Nehmt jetzt nicht deine Ult. Nehmt ihn in response zu Tod. Ja, guck mal, ein Ding hat, ich bin schon mal, hat alleine so viel Heilung wie Sen und ich zusammen. Okay, es ist ne Kiriko. Yay. Aber trotzdem. Ja, gedacht ich früher faden müssen. Boah, die sind ja auch so weit gekommen, die Gegner, ne? Äh, Ramma, äh, Mauga-Punt. Oh, Genji, Genji. Mauga, Mauga, Mauga. Oh, fuck, hier so Ding. Ja, cool. Okay, die alle haben, äh, da. Ja, GG. Ich kann es tun, vielleicht. Wenn du willst, ich kann es tun. Ja, du bist allein. Wenn du, wenn du ballst, kannst du zurückkommen. Warte, wie lange du das behalten kannst, Jesus Christ. Nein! Oh, fuck! Wenn ich meinen Dach hatte, hätte ich den Dach. Ja, ja, nein, mein Bad. GG. Ja, okay, dann stehe ich jetzt 2,5. Ne, gar nicht. Doch. Doch, ich glaube 2,5. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 2,5. Ich dachte am Anfang, jetzt sieht er echt, dass Genji schlecht ist jetzt, aber irgendwie. Ich glaube dadurch, dass die Shuriken so groß sind, kann er jetzt viel einfacher diese Triple Headshot Combo treffen und Leute ficken. Seine Ult ist glaube ich gleich sogar geblieben, weil der hat einen Dash mehr bekommen, aber. Ich glaube 2,6. Ok, jetzt 2,6. Äh eh eh. Was? 2,4. 1,1. 2,2.